Moin Leute und willkommen im Mittelalter. So, heute geht es mal weiter hier bei mir mit einer kleinen Übersicht über die Skills, was es da so gibt, was hier eigentlich sind, wie man die steigert und was man sich da auswählen sollte. Und zum Schluss hin so eine kleine, boah, Kritik, meine Meinung zu den Skills, wie sie jetzt gerade im Spiel sind und wie sie in Zukunft sich vielleicht verändern sollten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Falls euch der ganze Kram gefallen sollte, denkt dran, mir ein Like dazulassen. Falls ihr neu in meinem Kanal seid, denkt ans Abonnieren und darauf an diese kleine Glocke zu klicken. Dann werdet ihr benachrichtigt von YouTube, wenn ich hier neue Videos bei mir poste. So, wie funktioniert der ganze Kram mit den Skills bzw. Fähigkeiten? Relativ simpel, macht das Fenster dazu mit K auf, dann wird euch hier eure Fähigkeitenübersicht angezeigt. Überall da, bei den Reitern hier oben, wo ihr Punkte vergeben könnt, wird euch ein gelber Stern angezeigt. Ihr habt hier auf der rechten Seite eine kurze Übersicht, was ihr an Punkten jetzt gerade, was für ein Level ihr im Skill habt, wie viele Punkte ihr vergeben könnt. Hier in dem Baum werden euch die Stufen der einzelnen Skills dargestellt. Wird euch angezeigt, was für Punkte ihr bereits vergeben habt und ihr habt hier so ein Fortschrittsdingen sozusagen. Also ich habe jetzt hier gerade 675 Punkte in Gewinnung. Bei 2500, wenn ich da angekommen bin, kann ich den nächsten Punkt vergeben. Eigentlich so wie man das in jedem RPG kennt, relativ einfaches Ding. Wofür es Punkte gibt, das ist eigentlich soweit selbsterklärend. Ergibt sich eigentlich aus den Sachen, wenn ihr euch die Skills anguckt, da wo irgendwie die Skills darauf Auswirkungen haben, dafür kriegt ihr auch Punkte. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel davon den Skill anguckt, Bogenschütze verbraucht weniger. Ihr habt eine geringere Chance, dass euch Pfeile bzw. Bolz kaputt gehen. Da könnt ihr wohl davon ausgehen, dass ihr Punkte dafür kriegt, wenn ihr mit Pfeile und Bogen bzw. Armbrust schießt auf irgendwas. In dem Fall ist das ein bisschen eingeschränkt, ihr müsst auch was treffen. Also könnt ihr euch nicht irgendwo hinstellen und einfach ein paar tausend Pfeile in die Luft schießen und ihr habt einen Skill, kriegt euren Skill hoch. Ihr müsst da schon irgendwas treffen. Ansonsten relativ intuitiv eigentlich bei allen Farmingen auch wieder relativ logisch, wo es da Punkte gibt. Felder anlegen, Sachen aussehen, Tiere versorgen im Sinne von Scheren, Melken. Ja, Scheren und Melken, das sind die einzigen Sachen, die ihr jetzt im Moment selber machen könnt mit euren Tieren. Diplomatie gibt es Punkte, wenn ihr das Ansehen bei NPC steigert und wenn ihr Sachen verkauft, da kriegt ihr 0,1 Punkt für alle 10 Münzen, die ihr einnehmt. Verkaufen bringt hier nicht. Bei Überleben, da kriegt ihr Punkte, wenn ihr hier irgendwas sammelt bzw. wenn ihr Fische mit einem Netz fangt. Und Crafting, ja, sobald ihr irgendwas craftet, was unter Crafting alles fällt, das seht ihr hier, wenn ihr auf die Skills guckt. Das wäre Handwerk, alles was Handwerkskills sind, Nierei, Kochen, Schmieden, irgendwas backen und was bauen. Alles das gibt Punkte in Crafting. Relativ leicht, ja, auszukennen, zu erkennen, wo was ist. Das ist halt das Einzige, wo ihr gucken müsst bei Jagen und Survival, wo da die Unterschiede ist. Das ist Survival, das ist im Normalfall, das hier sammelt. Schließt übrigens auch, jetzt überlege ich gerade, wie das hier im Spiel übersetzt ist, muss ich mal ganz kurz gucken gehen. Mit Schilf ist das Ganze übersetzt, also das Zeug hier vorne, auch wenn ihr das sammelt, kriegt ihr Punkte in Überleben. So, ich gehe jetzt mal eben, so, jetzt gucken wir mal über die Skills rüber, was man hier so an Skills zur Auswahl hat, was man nehmen sollte. Bei allen Skills oder vielmehr Sub-Skills, Unterskills, habt ihr das als allererstes, Kenntnisse in der Gewinnung bzw. Jagdwissen bzw. Landwirtschaft, Diplomatiekenntnisse überleben und handwerkliches Wissen. Der Skill bringt euch jeweils pro Stufe, die ihr da reinsteckt, ein Punkt mehr an Erfahrungspunkten, wenn ihr was in der Aktion durchführt. Das ist teilweise richtig viel, im Verhältnis relativ viel, ist eine Sache, die vielleicht nochmal ausbalanciert wird. Zum Beispiel, wenn ihr 10 Münzen ausgebt, kriegt ihr hier für die durchgeführte Aktion in Diplomatie 0,1 Punkt. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. In dem Moment kriegt ihr hier 3,1 Punkte in Diplomatie. Das ist eine Sache, das werden die irgendwann mit Sicherheit fixen. Und das Ganze hier, dieses Kenntnisse-Dinge, nicht mehr auf eine feste Anzahl von Fertigkeitspunkten setzen, also plus 1 bzw. plus 2, plus 3, je nachdem, wie viel ihr drinne habt. Sondern das Ganze eher prozentual macht, was Sinn machen würde. Gut, das ist das, also der erste Skill, das erste, wo ihr Punkte reinsetzen solltet, oder Punkte drinne haben solltet, ist dieses Gewinnungsding. Damit könnt ihr dann auch gleich ein Skill in der zweiten Stufe freischalten. Auch das kennt ihr vielleicht aus anderen RPGs. Man muss erstmal in den Basisdingern irgendwas freigeschaltet haben, eventuell sogar eine gewisse Menge gegeben haben. Hier im Spiel ist es bloß ein Punkt, den ihr pro Stufe braucht, damit ihr in der nächsten was einsetzen könnt. Ist jetzt hier, je nachdem, was ihr öfter macht, bei Stufe 2 Skills, Naturgewalt oder 1 mit der Erde, ist reduzierter Haltbarkeitsverlust bei Spitzsacke und Schaufel bzw. bei eurer Axt, je nachdem, was ihr nehmt. Also bei 1 mit der Erde, Schaufel, Spitzsacke, bei Naturgewalt, eure Axt. Sucht ihr das aus, dann gibt es hier das erste, was ich so als Must-Have-Skill vergeben würde im Spiel Maultier. Da könnt ihr dauerhaft euer Inventar um 5 Kilo erhöhen, indem ihr einen Punkt in Maultier reinsteckt, Stufe 3 Skill. Und das sind dann eigentlich die, die man hier haben sollte. Grabungsmeister ist ganz cool, der bringt für beide, äh für alle, drei Möglichkeiten. In Gewinnung einen Bonus, weniger Ausdauerverbrauch beim Bäumefällen, beim Bergbau und auch beim Graben. Ansonsten sind die ja immer aufgeteilt auf entweder Spergbau bzw. Bäumefällen, da, ähm, Grabungsmeister der Ziel für alle. So, Jagd haben wir als nächstes, hier gehe ich jetzt nicht alle durch, die sind zum allergrößten Teil ziemlich nutzlos. Als erstes wieder dieser Wissens-Skill, fange ich mal eben ein rein, damit ich mir den nächsten freischalten kann. Es gibt viele, die sagen, Pferdenleser ist total klasse. Ähm, wir probieren den mal eben kurz hier live aus. Pferdenleser heißt, ähm, Tiere, wilde Tiere oder allgemein Tiere werden im Beobachtungsmodus sozusagen besser angezeigt. So, ich habe den jetzt mal gedrückt. Guckt euch kurz an mir auf dem Monitor oben, was ihr da an Tieren seht. Ja, lassen wir eben kurz Ausdauer hochgehen. So, gehe in Beobachtungsmodus, jetzt gehe ich da mal dichter ran. So, und jetzt, wenn ihr da, äh, ihr müsst da schon relativ dicht an den Dranne sein, damit der wirkt sozusagen. Ab einer gewissen Reichweite zählt der einfach nicht mehr. Ist die Frage, ob man da Punkte reinstecken muss. Ähm, ich selber komme gut ohne klar. Man sieht die Tiere meistens lange vorher, äh, bevor der Skill nützlich wäre. Ist vielleicht, wenn ihr viel am Hasen oder viel am Füchse jagen seid, aus irgendeinem Grund, macht der Sinn machen. Ansonsten, naja, nicht so doll. Der Rest ist hier eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, relativ nutzlos. Ich gehe jetzt nicht hier auf alle Skills einzeln ein, ähm, hier ist aber nichts bei, was man haben muss, unbedingt. Warum, sage ich nachher mal allgemein in der Betrachtung hier von den Skills, von dem Skills-System, warum da der meiste Kram nutzlos ist. Landwirtschaft, kriege Punkte durch landwirtschaftliche Tätigkeiten, das ist zum einen Felder bestellen, also halt Pflügen, Düngen, Aussehen, Ernten. Äh, und wenn ihr selber mit euren Tieren, äh, ja, was macht im Sinne von ihr die schert, beziehungsweise melkt. Das sind die Sachen, die ihr selber machen könnt. Da kriegt ihr dann halt Punkte drin. Hier, aber auch hier sind nicht wirklich irgendwelche Sachen drin, die jetzt so, wo ich sagen muss, aber das müsst ihr euch unbedingt zulegen. Guckt da in Ruhe rein, die meisten Sachen erklären sich relativ gut selber. Eine Sache, die ich hier kurz anmerken möchte, ähm, jetzt nachdem bei Version 3.0.3.1 wurde eingeführt, dass die NPCs jetzt Samen verbrauchen. Hier ist jetzt eine Sache, ähm, da haben viele geschrien, unsere NPCs verbrauchen, oder meine NPCs verbrauchen so viele Samen. Wenn ihr euch hier mal auf den Skill, wenn ihr hier auf den Skill Vegetarier schaut, beziehungsweise Fänger im Roggen, The Catcher in the Rye, da wird euch angezeigt, dass die Anzahl der Samen, die ihr braucht, reduziert wird. Das wirkt auf euch, nicht auf eure NPCs. Also, sprich, ähm, die Tatsache, dass ihr bis zum letzten Patch immer nur einen Samen selber verbraucht habt, auch wenn ihr hier keine Skills drinne habt, äh, keine Punkte drinne habt, das ist der Bug. Die Tatsache, dass eure NPCs jetzt auf einmal mehr Samen als ein pro Feld verbrauchen, das ist nicht unbedingt ein Bug. Da ist irgendwas, äh, immer noch ungerade, weil die nicht regelmäßig mehrere Samen, beziehungsweise mehr Dünger als eins pro Feld verbrauchen, aber der Bug ist hier nicht, dass die mehr verbrauchen, sondern der Bug ist, dass die zu wenig verbrauchen, teilweise. Nur so mal als Anmerkung hierzu. Diplomatie. Hier ist relativ viel einfach nicht, äh, nicht funktional zur Zeit. Die Skills erklären sich relativ gut von selber. Ganz allgemein, alle Skills, die hier als in Arbeit angezeigt werden, die sind auch tatsächlich noch nicht drinne. Da braucht ihr nicht auszugehen, habt ihr nicht doch irgendwie funktionieren, funktionieren einfach nicht. Habe ich gemacht. Hier ist momentan nichts irgendwie wirksam, leider. Hier in dem ist eigentlich nur wichtig, äh, packt euch Punkte in, hier, dieses Diplomatie, 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 Diplomatie. Bis am Anfang, packt euch dann einen Punkt in, äh, Vielkäufer, könnt ihr billiger einkaufen. Packt euch Punkte in, sag meinen Namen, das ist das Ding. Da kriegt ihr, wenn ihr diese Nachbarschafts-Quests, nämlich mal, sagen ich sie jetzt mal, also diese, diese einfachen Fetch-Irgendwas-Quests, die ihr hier jede Jahreszeit kriegt, ähm, sind immer so vier, fünf Quests, die ihr machen könnt. Da kriegt ihr mehr Reputationen. Gerade später im Endgame seid ihr da ziemlich hinterher. Mehr Reputationen zusammenzukriegen. Da zählt alles, was hier irgendwie was bringt, äh, alles, was hier irgendwie eine Erhöhung bringt, bringt euch real was. Geht bis zu, ähm, 60% mehr Hufsteigerung durch die Quests hoch. Also das ist schon so einiges. Anderer guter Skill hier, den man sich zulegen sollte, ist, äh, Verkäufer. Auch, ja, Goldwert im wahrsten Sinne des Wortes. Dadurch geht prozentual hoch, ähm, wie viel Gold ihr bekommt, wenn ihr irgendwas verkauft. Überleben, beziehungsweise Survival, auch, ja, hier sind so wenige Sachen drin, die man brauchen kann. Wieder wie bei allen, diese Überlebenskenntnisse sollte man haben. Wichtig dann, Überlebenssinn, ein Punkt möglichst früh rein. Da wird euch quasi hervorgehoben, mal eben kurz aus dem Dorf ein bisschen raus, wo hier, blödsinn, falscher Knopf, wo hier irgendwas steht, was ihr im Wald ernten könnt. Also das hier sind jetzt Kräuter, die Heilkräuter, beziehungsweise Antigiftkräuter und Pilze. Die sieht man nur sehr schlecht, gerade jetzt bei den Kräutern. Selbst wenn man weiß, wie die aussehen, ist es sehr relativ schwer zu erkennen, wo sie denn sind, ohne diesen Skill. Sollte man haben, ähm, Natur, wo habe ich Blödsinn, hat sich wieder auf Null gestellt, ähm, was ist hier noch drin, ähm, stark wie eine Eiche, mehr Gesundheit, ja, mein Gott, ne, ähm, Überlebenskünstler ist ganz gut, er verbraucht hier weniger Nahrung oder Wasser, also es hält, hält ein bisschen länger, sollte man sich überleben, wenn man es sich zulegt. Ähm, dann machen wir eben kurz. Und Athlet ist relativ cool, er verbraucht weniger Ausdauer beim Sprinten. Auch nicht zu unterschätzen. Zu guter Letzt haben wir hier Handwerk, beziehungsweise Crafting. Auch hier wieder, jetzt habe ich hier Blödsinn gemacht, ähm, ist hier aber egal. Ja, was soll ich sagen, ist alles in Arbeit. Punkte bringen effektiv hier gerade nichts. Also brauche ich hier auch nicht großartig gucken, was hier jetzt was ist. Also das ist, äh, weniger Ausdauerverbrauch, schneller, schneller arbeiten. Ähm, ja. Das sind die beiden Sachen, also Ausdauer in den jeweiligen Sachen wird weniger verbraucht, beziehungsweise ihr craftet halt schneller, wenn es denn mal irgendwann implementiert wird, was es jetzt gerade noch nicht ist. So, was halte ich von den Skills? Ein paar Skills habe ich euch gesagt, die ihr euch nehmen solltet. Ähm, der Rest ist, weil das Spiel so funktioniert, wie es halt funktioniert, nämlich richtig, ähm, sind die Skills selber recht nutzlos. Sie kriegt Skills halt mit der Zeit, gehen die hoch. Dadurch, dass ihr sie nutzt. Das Problem ist, die am Anfang, habt ihr da nicht viel, logischerweise, in den Skills drin, weil ihr habt die noch nicht genutzt. Wenn ihr die, ähm, eine Zeit lang genutzt habt, habt ihr jetzt parallel dazu Technologien freigeschaltet, in denen ihr irgendwelche Gebäude kriegt, die auch zu den jeweiligen Skills passen, äh, ja, gehören, passen, wo ihr dann NPCs einsetzt. Das heißt, die meisten Sachen, die ihr hier über Skills irgendwie leichter machen könntet, macht ihr nicht mehr, weil ihr auch schon Gebäude in dem jeweiligen Kram freigeschaltet habt und, ähm, die euch einfach effektiv nicht mehr wirklich was bringen. Das ist so meine ganz große Kritik hier an dem, wie das Ganze aufgebaut ist. Die sollten hier entweder irgendwelche Sachen reinbringen, dass man real merklich effektiver arbeitet, wenn man selber unterwegs ist. Also ein Beispiel wäre, dass Jäger Pfeile verbrauchen, die ihr craften müsstet, wodurch ihr tatsächlich euch überlegen solltet, ob ihr nach den Quests, ähm, wenn ihr die gemacht habt, selber noch jagt. Das ist real, was bringt. Im Moment ist es einfach so, ihr schickt einen NPC los zum Jagen, ist wesentlich effektiver, zeitsparender und so weiter und so fort, als wenn ihr hier selber jagen gehen würdet. Die meisten Spieler jagen hier, ähm, für die Quests, die sie am Anfang haben und dann eigentlich nie wieder. Und so ist das eigentlich bei den meisten Skills. Das Einzige, was hier tatsächlich wirklich sinnvoll ist, ähm, durchgehend auch am Ende noch genutzt wird, ist Diplomatie bei den Verkauf-Geschichten. Da kriegt ihr halt bis zum Ende halt immer noch Punkte, bis ihr bei 10 angekommen seid und habt da real was von, weil eure NPCs selber nichts verkaufen können. Beziehungsweise halt die Reputation hier vorne über, sag mein Name, aus diesen kleinen Quests halt höher ist. Ansonsten ist hier eigentlich nichts drinne, was irgendwie wirklich, wirklich was bringt. Maultier solltet ihr euch holen. Hier ist soweit nichts drinne. Diplomatie solltet ihr euch viel Käufer am Anfang vielleicht Punkte freischalten, wenn ihr euch einen Haufen Samen oder Dünger einkaufen wollt. Ähm, später am Ende des Spieles, sag mein Name auf jeden Fall, um mehr Reputation aus Quests zu kriegen. Und, äh, switcht über auf Verkäufer, wenn ihr was verkaufen wollt. Das rüber-switchen, eine relativ wichtige Sache. Die Skills könnt ihr ändern im Laufe des Spiels. Und zwar über eure Frau. Ich muss mal kurz gucken, wo meine jetzt gerade ist. Sitzt ihr hier am Feuer? Ja. Geht zu eurer Frau, sprecht mit der. Geht auf, kann es mir bei etwas helfen, das mir am Herzen liegt? Ich muss meine Talente überdenken. Und hier könnt ihr jetzt aussuchen, was für ein Skill ihr auf Null setzt. Das hat keinen Timer, irgendwas. Könnt ihr jederzeit wieder auf Null setzen, jeden Skill-Tree. Gut wäre, wenn die hier irgendwie sowas einsetzen würden, eine Funktion wie, äh, alle. Also nicht nur Jagen, Diplomatie, Überleben, Crafting. Wenn ich jetzt meinen Jagd-Skill auf Null setze, springt das Ganze aus dem Dialogfenster, aus dem Dialog hier wieder raus. Und ich müsste jetzt, ähm, mich hier wieder durchklicken. Wenn ich hier alle auf Null setzen, die Abfunktion hätte, wäre ganz nett. Aber ansonsten, ähm, auch so. Relativ nette Sache. Dadurch, dass einfach keine Begrenzung hier im Spiel drin ist, wie oft, wie viel man hier wann auf Null setzen kann. Das ist nicht irgendwie täglich oder keine Ahnung, sondern halt ohne, ohne Begrenzung. Ja, das ist eigentlich alles, was man hier so im Spiel über die Skills, die jetzt gerade drin sind, wissen müsste. Ähm, ich gucke mal ganz kurz, ob hier irgendwo was... Äh, ich gehe nochmal eben ganz schnell durch die Skills, die man haben sollte. Maultier, holt euch den relativ früh für mehr Trag, Traglast. Ist wichtig, eine Anmerkung hier noch, ähm, bei denen hier vorne Holzfäller und Bergarbeiter. Schneller Abbaugraben, beziehungsweise schneller Holzfällen, ähm, das täuscht so ein bisschen. Ihr bewegt die Axt oder die Spitzhacke nicht schneller, sondern ihr macht pro Aktion mehr Schaden. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht, ich hab's jetzt nicht im Kopf, nicht zum Beispiel vier Schläge, um einen Baum zu fällen, sondern nur noch drei Schläge. Was dann wieder Auswirkungen hat auf die Haltbarkeit und auf den Ausdauerverbrauch übrigens. Also ein relativ wichtiges Ding hier am Anfang. Unterjagen ist eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das müsst ihr euch möglichst schnell irgendwie holen. Das ist besonders nützlich. Genauso bei Landwirtschaft, da macht ihr zum Schluss eh nichts mehr selber, dass eure NPCs das machen. Bei Jagen genauso. Diplomatie habe ich gerade eben schon was gesagt. Überleben. Da, ähm, Überlebenssinn wichtig. Überlebenskünstler, dass ihr nicht andauernd essen müsst. Also hier drei Punkte rein. Und Athlet, wenn ihr denn noch Punkte überhabt, habe ich jetzt gerade nicht. Könnt ihr länger sprinten, relativ sinnvoll. Der ist übrigens relativ gut zu grinden, indem ihr Beeren pflückt, beziehungsweise Schilf erntet. Also wenn ihr am Anfang Stroh braucht, nehmt ihr ja nicht das von euren Weizenfeldern. Die habt ihr am Anfang noch nicht, sondern geht Schilf pflücken, holt da Stroh her. Da kriegt ihr relativ schnell, relativ viel zusammen. Und, ja, zum Schluss Handwerk, beziehungsweise Crafting. Ja, was soll ich sagen. In Arbeit, in Arbeit, in Arbeit, in Arbeit, in Arbeit, in Arbeit. Ansonsten erklären die sich relativ gut alle selber. Entweder verbraucht ihr weniger Ausdauer oder, ähm, seid schneller in der jeweiligen Tätigkeit, wo ihr Haltpunkte hier reingepackt habt. Wenn es denn irgendwann mal im Spiel eingeführt wird. Ja, das war's eigentlich zu dem Grundgerüst des Skillsystems hier in Medieval Dynasty. Ich danke euch fürs Zugucken. Tut mir leid, dass ich hier nicht so wahnsinnig viel erzählen konnte. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe zu reden, sondern einfach, dass hier noch relativ viel Work in Progress ist, beziehungsweise relativ viel aufgrund der Art des Spiels hier nicht so nützlich ist im Moment. Also, Art des Spiels, damit meine ich hier diese Sache mit. Am Anfang braucht ihr die Skills. Am Anfang macht ihr viel selber. Da habt ihr die Skills aber noch nicht hoch, weil ihr sie noch nicht viel genutzt habt. Wenn ihr sie viel genutzt habt, habt ihr die NPCs irgendwann, die euren Kram machen. Dadurch sind die meisten Sachen hier relativ sinnlos. Ich hoffe, im Laufe der Spielentwicklung wird ja noch einiges verändert. Aber wie gesagt, in dem Video jetzt hier eher schlechte Nachrichten sozusagen, dass was mir leid tut. Ich hätte euch lieber tolle Tipps, wie ihr euer Spiel leichter machen könnt. Ihr geben hier einfach bloß jetzt einen Überblick, wie es jetzt gerade ist. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt beim Zugucken. Dank euch fürs Reinschauen natürlich. Lasst mir ein Like da, wenn euch der ganze Kram hier gefallen haben sollte. Und vergesst das Abonnieren nicht für weitere Videos über Medieval Dynasty oder andere Survival-Aufbau und so weiter Spiele in der Zukunft. Bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk